Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde GTA Online Action mit der Community. Und ja, ihr werdet überrascht sein, ich bin am Stizzle. Ich habe doch noch ein wenig Zeit und habe mir gedacht, ich mache noch einen kleinen Livestream mit euch. Und in diesem Livestream geht es natürlich so, wie es da drin steht, in der Beschreibung, wollte ich gerade sagen, im Titel, um T20 Level Asians. Also könnt ihr euch vorstellen, um welche Maps da geht. Ich habe mir ein paar Maps von Midya rausgesucht, die natürlich nicht extrem lange gehen, sondern so maximal, also wirklich maximal 35 Minuten oder so. Ich sehe doch nicht mehr durch. T20 muss auf der zweiten Seite sein. Oh, yeses. Yeses, Maria. Guckt euch das an. Von Hashtag 11 bis Hashtag 17 habe ich die Maps rausgesucht. Und ihr seht, es sind immer so 20 Minuten, 30 Minuten Challenge. Also habe ich gedacht, das geht eigentlich klar. Selk ist auch am Schlüssel. Grüße gehen raus. Extreme Boys 0305. Grüße dich. So, go. Go, 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 Leute. Go, go, go. Standard Boss Grill. Ich grüße dich. Lol, ich habe mir gar nicht meinen Wagen ausgesucht. Ich bin ja auch dumm. Ich bin ja dumm. Ich wollte den T20 haben. Ah, ich habe verschüsselt. Leute, als ob du ein Mädel bist. Ne, ich bin ja auch kein Mädel. Ich bin eine Frau, Digga. Eine Frau. 32. 1985 geboren. Kannst ja dir schnell mal einen Taschenrechner holen, Mäuschen. So. So, hier sind Speedys drin. Das mag Mudi immer gar nicht. Wobei, dieses Auto ist ja ultra mega nice, ne? Also, vielleicht ist es gar nicht die schlechte Wahl. Auch wenn ich gar nicht gewählt habe. Aber mal gucken, was Mitya sich hier hat einfallen lassen in den Maps. Die habe ich ja alle noch nicht gezockt. Also habe ich gar keinen Vorteil oder sonstiges. Ich bin gespannt. Spirale nach unten. Geht klar. Geht absolut klar. Okay, hier. Und hier lang. Geht auch klar. Oh, Mitya, mit der, mit der. Was hast du hier gebaut? Oh Gott. So. Nein, nein, nein. Oh, total verschisselt, ey, Digga. Niklas, ich grüße dich. Ach. Ach, das war echt schlecht. Ähm, Justplayer, ich grüße auch dich. Schön, dass du auch wieder am Schlüssel bist. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ey, das war echt... Ach, super gut. Und dann plötzlich... Shit. Ja, unten. Habe ich gesehen, Digga. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen, dass es unten ist. Buddy Modes. Zu spät gesehen, Mann. Ach, das ist echt mies, ey. Ach, komm. Jetzt aber. Jetzt einmal durch hier. Ist ja kein Problem, ne? Ach, da ist auch schon das Ziel. Seht ihr das? Das hat überhaupt keine Punkte, die Map. Lol. Seht ihr das? Man muss alles in einem Ritt machen. Es gibt keinen Punkt. Es gibt nur das Ziel, Leute. Das sehe ich jetzt erst. Also Konzentration pur hier. Ihr müsst nicht so schnell wie möglich sein, sondern... ...nimmt jedes Element... ...ganz... ...ganz locker. Ach, du meine Güte. Das ist ja... Alter, Digga. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Alter, jetzt wieder hoch. Ich hoffe, es gibt nochmal zwischenzeitlich Pausen. Ach, du meine Güte. Ach, du meine Güte. Es gibt kein Zwischenpunkt. Man muss nach oben. Man muss nach oben. Okay. Nach oben, nach oben, nach oben. Hat... Hat... Hat gerade so geklappt. Alter, Digga. 20-Minuten-Challenge? 25... Ne, 20 stand da, glaube ich. 20-Minuten-Challenge. Alter, der eine fährt schon zurück. Digga. Krass. Also man muss, glaube ich, dann jetzt wenden, um jetzt zurück zu müssen. Und dann muss ich irgendwo oben lang. Okay. Ach, du Scheiße. Ach, du Heilige. Heilige. Okay, 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 okay. Ganz ruhig. Man muss ganz ruhig bleiben. Es gibt nur einen Zielpunkt. Der will mich doch verarschen. Mit dir, Digga. Du willst mich doch richtig... Richtig verarschen. So. Ey, das ist ja wohl richtig krass. D-Tix, ich grüße dich. Alter. So, und nochmal. Aber einer ist erster. Der ist mir ja schon die ganze Zeit jetzt entgegengekommen. Ey, wenn man dann verschisselt, ne? Ich glaube, dann hat man, glaube ich, keinen Bock mehr. Ach, du meine Güte. Mit dir, Digga. Was hast du hier gemacht? Wie kann man das alles in einem Rhythm machen? Richtiger Rage-Modus, wenn man verkackt. Oh, fuck, ey. Nein! Nein, Digga, nein! Ich hab's echt nicht gesehen. Ach, du meine Fresse. Habt ihr das gesehen? Das ging plötzlich ganz nach oben. Ey, Digga, nein! Oh! Ist das mies! Mit dir, du... Ey, da kommt man so weit. Und dann geht es nach oben weg, Leute. Nach oben weg. Ich hab echt gedacht, wenn ich mittig bleib, kann mir ja eigentlich nicht großartig was passieren. Und dann total verhauen, ne? Alter Schwede, ist das mies. Ist das eine... Das ist ja eine richtig miese Map. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gehört, dass ich mir meinen Zähnen geknackt hab. Ah! Ist das gemein. Alter. Ah, wenn ich mit dir erwische, ich drehe ihn halt so um. Ach, nee. Ist das gemein. Kein Wunder, dass man 20 Minuten Challenge hat hier. Weil man vielleicht 5000 Mal verschisselt. Bis man überhaupt das geschafft hat, ey. Digga. Na, noch hab ich ja die Zeit, ne? Also noch sind... Also ich würd's gerne unter 20 Minuten schaffen, ey. Ich würd den so... Ich würd den so... Auslachen, ne? Leo, ich grüße dich. Ich mein Leon. Entschuldigung. Leon, sorry. Ich grüße dich. Ich hab nur kurz hingeguckt. Ich muss mich ja auf die Map konzentrieren hier. Alter, ich könnt schon wieder, ne? Hat er mich ordentlich weggeholt. Shit. Aber gut, ich bin fast wieder da. Ich muss nur noch mal einmal zurück. Dann muss ich wieder noch mal wenden. Oh, ist das mies, ey. Ist das mies. Hat er aber gut gemacht, ne? Gerade da... Ich glaub, da ist auch der Erste rausgeflogen. 100 Pro. Ich glaub, der Erste wär sonst im Ziel. Der mir die ganze Zeit entgegen kam. Oh, please. Ich wette mit euch, der ist genau da auch rausgeflogen. Und hat sich dann gedacht, leckt mich doch. Oh, ich verlasse die Map oder so. Alter, guckt mal. Da kommt noch so viel. Ist doch nicht sein Ernst. Extreme Boys. Hallo. Daniel, Silber, ich grüße dich. Ich muss mich ein wenig konzentrieren. wieder runter. Wieder hoch. Wieder runter. Also, Digga. Ist nicht dein fucking Ernst, ey. Ich will nicht wissen, wie lange Mitja gebraucht hat beim Testen. Aber gut, wenn er sagt 20 Minuten, dann wird er auch nicht länger gebraucht haben. Okay, ich fahre jetzt weiter oben. Ich muss mir das ein bisschen mehr zurechtbiegen hier. Alter, das ist so abartig mies gewesen. Guckt euch das an. Nein. Nein, hab Grip. Hab Grip. Oh, Alter. Oh, gib mir ne Pause. Gib mir ne Pause. Gib mir ne Röhrchen oder so. Gib mir ne Röhre. Gib mir ne kleine Röhre oder so, wo ich einmal pausieren kann. Alter, ist das hart. Ich wäre beinahe wieder abgedriftet. An der gleichen Stelle. Hat das Spiel verlassen? Leute, verlasst doch das Spiel nicht. Ihr schafft das. Alter, Digga. Nein. Oh, Digga. Boah, ich scheiß mir hier ein, ne? Ist das dein fucking Ernst? Was muss man denn hier alles machen, ey? Komm, 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 komm. Please. Please. Okay. Nein, es geht noch weiter. Oh, Leute. Ich will das Ziel. Ich will endlich das Ziel haben. Ich hab so Schiss, ne? Jetzt zu verkacken, wäre natürlich richtig übel. Okay. Nochmal runter. Oh, Leute. Drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen. Drückt Mutti doch endlich die Daumen. Dass Mutti das schafft. Und da bin ich mal gespannt. Noch ein Satz. Ist das dein fucking Ernst, ey? Oh, mir platzt, glaube ich, gleich das Herz, ey. Das ist der Wahnsinn. Kein fucking Fehler darf man sich erlauben. Kein fucking Fehler. Oh, bitte. Puh. Mir rutscht das Herz in die Büchse. Nein. Nein, 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 nein. Ist das geil, ist das geil, ist das geil, das ist Mutti-Style. Uhu. Mit ja. Uhu. Uhu. Ist das cool? Ich hab's, Leute, ich hab's. Alter Schwede, ich... Wow. Hammer Map. Äh, Big Weasel. Bin jetzt im Ziel. Wow. Alter Schwede. Das ist ne Map. Guckt sie euch an, ey. Okay, also wenn das als Video hochkommt, dann ist die Map auch verlinkt und, ähm, ich sag auch die ganze Zeit Mitja, viele von euch kennen Mitja und, ähm, okay, da sind einige ja rausgegangen und, äh, Mitja ist selber ein YouTuber, ja, und, äh, er heißt Mitja der Zwölfte, der Kanal heißt so und, ähm, ja, der baut dann im Livestream auch seine Maps, das ist echt übel, richtig übel. Wahnsinn.